Wie steht es wirklich um die Ehe von Mats und Kathi Hummels? Bereits seit Monaten kursieren Trennungsgerüchte um das einstige Traumpaar im deutschen Fußball. In letzter Zeit gab es immer wieder Schlagzeilen um mögliche Fremdflirts des erfolgreichen Fußballers. Zunächst wurde Mats eine Beziehung mit der 21-jährigen Lisa Strauber aus Dortmund nachgesagt. Dann tauchten Knutsch-Fotos von Mats und einer dänischen Influencerin bei einem Trip nach Kopenhagen auf. Doch Mats' Ehefrau Kathi Hummels sorgt nun auf Instagram für erneute Spekulationen, indem sie Mats mit einem Foto liebevoll neckt. In ihrer Instagram-Story postet Kathi ein süßes Bild von sich und dem gemeinsamen Sohn Ludwig. Auf dem Bild gibt Ludwig seiner Mutter einen Kuss auf die Wange. Auf dem Schnappschuss markiert Kathi ihren Mann Mats und schreibt, Erst Fußball spielen, dann Fotos machen. Eine von beiden Sachen liebst du, bestimmt die zweite. Nach einer schmerzhaften Trennung klingen diese Zeilen nicht.